Musik 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 Also vor zwei Jahren habe ich das erste Mal durch einen sehr guten Freund von dem sogenannten McNab erfahren. Der McNab schien mir von Anfang an eine großartige Herausforderung. Denn der McNab ist die Challenge an einem Tag. Einen Lachs mit einer Fliege zu fangen, einen Graus mit der Schrotflinte zu erbeuten und einen Hirsch zu schießen. Der scheint mir schon allein vom zeitlichen Ablauf her extrem schwierig zu sein. Ich hätte die Chance und auch die Fähigkeiten. Das Ganze an einem Tag über die Bühne zu bringen. Dass es nicht leicht wird, das war von Anfang an klar. Ich habe mich dann mehr und mehr mit dem Thema beschäftigt. Ich bin relativ schnell zu dem Punkt gekommen, dass der Knackpunkt der Fisch sein wird. Am ersten Tag sind wir am Fluss gekommen. Wir standen eine Zeit lang am Fluss, haben erst das Wasser gelesen und erst einmal erwartungsgemäß gar nichts. Überhaupt nichts. Das Wasser schien wie tot. Ein gescheiter Mann hat einmal gesagt, Fliegenfischen ist die Kunst, eine Feder 30 Meter weit zu werfen. Es geht nun darum, die Schnur langsam hin und her zu bewegen, das Gewicht aus der Schnur zu generieren, die Rute mit dem Gewicht der Schnur aufzuladen, diese Energie zu nutzen und damit einen Köder, der einem für sich kein Gewicht hat, zu präsentieren. Und ich sehe diesen Lachs, wie der keine fünf Meter vor mir springt und ich dachte, mein Gott, es sind doch Fische im Fluss. Es ist Fisch da. Dann war ich fleißig und habe geworfen und geworfen und geworfen. Plötzlich bleibt meine Schnur stehen. Ich denke, ich habe einen Hänger. Auf einmal bewegt sich der Hänger und ich rufe nur Fisch an. Und ich war an dem Fisch und habe den Fisch gedrillt und hatten relativ schnell auf der Rolle. Der Fisch war gut gehackt und so ein Stück vor mir. Gone. Ich habe gedacht, okay, du fängst einen anderen. Entweder heute oder in den nächsten vier Tagen. Aber Tag für Tag für Tag wurde ich demütiger. Ich habe die Demut wieder gelernt. Ich hatte keinen einzigen weiteren Biss. Ich habe einfach heute keine Chance auf einen McNabb, aber ich stelle mich der nächsten Herausforderung. Und glaub mir, es ist eine Herausforderung, an den Deerstalkern dran zu bleiben. Mein Jagdführer war Juhn. Der war ständig an meiner Büchse interessiert. Normalerweise trage ich meine Waffe immer selbst am Mann. Aber dadurch, dass der Juhn mir die Frage gestellt hat, habe ich gesagt, gut, trag sie mal, probier es mal aus. Und Juhn war begeistert von der 404, insbesondere vom Karbonschaft, weil das Gewehr eben kaum ein Gewicht hat. Dadurch, dass ich ein passionierter Gamsjäger bin, dachte ich, naja, so ein Grasberg, den kannst du auch schon locker rauflaufen. Das sieht von unten auch gar nicht so problematisch aus. Der Aufstieg ist unglaublich fordernd. Auch der Untergrund, auf den man geht, man hat den Eindruck, man geht zwei Schritte vor, dabei aber einen zurück. Dort oben zu stalken, ist einfach schon von der Landschaft her unbeschreiblich schön. Das Wetter an dem Tag, das war unbeschreiblich. Wir haben einen guten Tag gehabt, die Sonne schien, man hat sämtliche Berge in der Umgebung gesehen, unter anderem den höchsten Berg Schottlands, übrigens auch in der Nähe von Loch Ness, also sehr geschichtsträchtiges Revier. Wir haben letztendlich die Hirsche gefunden, aber wir hatten null, absolut, absolut keine Deckung. Die letzten Meter ging es tatsächlich auf den Bauch, roppend an die Hirsche heran und haben da gerade so den Kopf anheben können und haben so praktisch innerhalb der Grasnarbe zu den Hirschen rüber geschaut. Der Hirsch stand aber breit und hat in unsere Richtung gesichert. Der Juhn hat gesagt, come on, das muss jetzt alles sehr, sehr schnell gehen. Mach, schieß den Hirsch. Ich habe in Windeseile das Bipod aufgebaut, habe mich in Schussposition gebracht, habe geschossen und der Hirsch hatte einen sauberen Schuss und ist nach kurzer Flucht verendet. Wir sind zum Hirsch hingelaufen. Die Freude war sehr, sehr, sehr groß. Herzliche Congratulations from Juhn. Es gibt ja kein Weidmannsheil in den Highlands. Der Juhn hat dann einen sogenannten Argo organisiert, ein Allradfahrzeug mit acht Rädern und hat dann den Hirsch und uns mit dem Argo nach Hause ins Tal gefahren. Es war unglaublich, in so einem Argo über diese Highlands zu fahren. Das war das erste Mal in meinem Leben, das ich Walk-Up-Grouse gemacht habe. Im Prinzip haben wir uns getroffen mit zwei Gamekeepern, sind rausgefahren ins Revier, in die Highlands, ein komplett offenes Gelände, über und über mit Erika zugewachsen. Sie sind wirklich anspruchsvoll zu bejagen. Das heißt, man muss ständig das Gewehr bereithalten, hochkonzentriert sein. Dazu kommt aber, dass man mit einem schwierigen Gelände unterwegs ist. So, es ist immer ein Kompromiss. Schaue ich, wohin setze ich meinen nächsten Schritt und wie konzentriert bin ich auf die Grouse, die zu jeder Zeit ohne irgendeine Voranmeldung aufstehen können. Der erste Grouse, den hatte ich auf den ersten Schuss. Es war ein Querreiter. Bin mitgefahren, habe überholt geschossen und hatte einen sauberen Schuss. Ein tolles Gefühl. Ein tolles Gefühl in dieser Umgebung, in dieser Natur auf so einen Grouse zu gehen. Nach fünf Tagen McNabb kann ich sagen, der Weg ist das Ziel. Die Natur lässt sich nicht einfach überlisten. Wir sind Teil vom Ganzen. Wenn wir fischen, wenn wir jagen, dann werden wir Teil der Natur. Wir gewinnen oder wir verlieren. Ich habe den Fisch verloren, aber ich habe es probiert. Denn das ist für mich MacNabb Herausforderung, Challenge. Das ist es. Nimm sie an. Versuch's. Wenn du es nicht versuchst, wirst du es nie erleben. That's it. Ich habe dich nicht versuchst, dass, es nicht versuchst. Ich habe,